Janni Kussmark fühlt sich nicht im Leben angekommen. Doch das stört die Influencerin inzwischen nicht. Die Autorin zieht in der Vergangenheit immer wieder um. Innerhalb von fünf Jahren lebt sie in zehn verschiedenen Ländern. Und auch nachdem sie ihren Ehemann Peer kennenlernt und Kinder bekommt, stellt sich bei der 32-Jährigen nicht das Gefühl ein, angekommen zu sein. Durch die ständige Abwesenheit ihres Liebsten wird ihr klar, dieses Lebensmodell ist nichts für sie. Wir merkten, dass wir uns vermissten und ein Leben finden wollten, das es uns ermöglichte, wir zu sein, zusammen zu sein, barfuß zu laufen. Anders als in der Gesellschaft üblich, macht Janni ihr Glück daher nicht mehr von einem Eigenheim abhängig. Die dreifache Mutter versteht das Prinzip, angekommen zu sein, als ein Statussymbol der Gesellschaft. Für Janni zählt stattdessen, die richtigen Werte für sich zu finden und in seinem Herzen anzukommen.